Let's go. Mach dein Schatz. Nein, das war scheiße. Komm, mach dein Schatz. Nee, nicht den. Den wollte ich haben, genau. Nein, das ist kacke. Ich brauch Distanz zwischen dir und mir. Du sollst chargen. Ja, genau das sollst du machen. Da war ein Stein. Oh mein fucking lord. Really? Lillie? Das ist kacke. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die ist das. Wie ist das? Ja, das ist das. Die ist nicht klar. Es ist super. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kommt doch hier eh nicht runter. Ach so. Willst du mich grad verarschen spielen? Oh, fünf Lebensständer nochmals. Hierhin möchte ich gerne geworfen haben. Ihr seid doch Garbage, Alter. Alle beide. Was könnt ihr eigentlich? Hier, das sollt ihr treffen. Die haben's sogar getroffen und es ist nicht explodiert. Scheiße, warte mal. Ach so, der hat jetzt da unten gegengeworfen. Das ist natürlich nice. Fuck. Oh man, finally. Dankeschön. Das nervt. Das war jetzt auch schon hier unten. Naja. Dankeschön. 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 Ach, come on. Hallo. Schust du was? Meine Sachen liegen jetzt eh eher komplett auf der anderen Seite. Komm, Charger. Charge doch. Ey, ich bin schon wieder an was hängen geblieben und deswegen hat er mich gehittet? Okay. Wir müssen das jetzt geduldig runterspielen. Ja, natürlich. Nein, nicht den Lehmsteinen. Charge doch bitte. Nicht so. Ja, genau den möchte ich haben. Komm, mach wieder. Nicht den. Ja, genau den. Oh, das war Lucky. Okay. Das hat gehittet? Ist ein Witz. Jetzt trinken, schnell trinken. Komm schon, mach deinen Charge. Mach deinen Charge. Deinen scheiß Charge. Nicht den. Mir steht da was im Weg. Ja, danke. Das war zu spät. Ja, genau. Nee, nicht das. Man, mach doch mal den blöden Long Range Charge. Ja, genau den. Okay. Das war's. Ja. Dann Ich weiße was. Ja, nein. Nee, nein. Nee, 있지 das. Nein, nein. Nein, nein. Fuck Ich stehe zu nicht dran Aber ich habe mehr Leben als vorher, das ist okay Komm, komm, komm Das kannst du meinetwegen auch machen Oh, fuck Okay, dann kann ich jetzt ganz schnell was trinken Nein, okay Ganz ruhig Ja Arsch Seele des Verfolgers, Ring der Klingen Erhöht körperliche Angriff Okay Ist alles körperlicher Angriff oder nicht? Das würde ich gerne wissen Oh Gott Da hinten ist wieder ein Dings Äh Genau, die Seele behalten wir Wir haben da noch das Achso, ich bin mein Menü, das Ding Äh Kopf voraus, was? Hurra für Schnaufpause Dann Schwäche Köder Schwäche Köder Was? Oh ja Oh ja Lebenssteine, die nehme ich gerne Ja, da passiert nichts, aber warum nicht? Dahinter wieder irgendwas? Rechtes Bein Warte mal Warte mal Also Kopf voraus Oh Oh nein Oh nein Nein Nein, das wollte ich gar nicht Tschüss Mist Ist dann nicht da noch darunter gemusst Wo bekomme ich jetzt hin nochmal Oh no god, wie bringt der mich denn jetzt hin? Bringt der mich dann aber wenigstens zurück an den Oh Okay, die verlorene Festung Da ist irgendwas Großes, da hab ich schon keinen Bock mehr drauf Matte Glut Oh nice Und zwei Menschenbilder Filzbrocken voraus Kann ich den sprengen? Ich hab doch Bomben oder? Hab ich normale Bomben auch? Ich hab nur die hier, ne? Schaut so her explodiert und richtet teuer Schaden an Ja, nein, okay, die bringt nichts Und zumindest nicht da Äh, ich möchte jetzt aber kurz noch mal dahin zurück Wo ich eben gerade war Und davor möchte ich zurück nach Manchula Gleich mal gucken, ob ich dem Schmied die Glut geben kann Dann wird mal ein bisschen gelevelt Äh, Leben geht immer, Belastung geht immer, Stärke geht zweimal Dann gibt noch einmal Dann gibt noch einmal Kunst Das ist für Geschick Und noch mal Belastung Und noch mal da So, zack, let's go So, jetzt gucken wir mal, ob wir dem hier die Glut geben können Ne, nicht den Blutfleck berühren Ich würde dem Sprechen Okay, also nicht Sprechen Ja, ich glaube, irgendwo wird man einen finden So, dann würde ich gerne mal meinen Das ist eigentlich auch ein langes Schwert, ne? Das macht halt auch Feuerschaden Ähm Die Frage ist halt, addiert sich das? So, dann reise ich nochmal kurz Hier hin Ich jetzt nämlich dann doch nochmal darunter wollte Wo, äh, hinter dem Bus halt Ich habe mich leider ein bisschen verkehakt Tschüss Oh, wait Sind beide weg, what? Warum sind die beide weg? Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Okay Okay, I mean, why not, aber Oh, zwei jetzt reichen jetzt? Na gut Craden hat tatsächlich was gebracht Und hier fehlt auch nochmal zwei Hallo? Na, da bist du Okay, der braucht jetzt drei Strange Ja, ein Lebensstein, den nehme ich mit Wait, bist du runtergefallen? Okay Ich brauche auch nochmal ein Gegenstand für mich? Nein, okay, schade Oh Genau, ich war hier noch nicht fertig Darunter werde ich, wie gesagt, gleich noch Ich frage mich nur, warum hier nichts passiert Ich habe den Riesensamen jetzt leider halt schon benutzt Ohne, dass ich weiß, was er überhaupt getan hätte Oha Ah, hier bin ich jetzt okay Gut zu wissen Äh, wir haben aber erstmal Großschwert aus Ist das das? Äh, ja Hat 25 und 25 mit 10 A-Scaling auf Decks Lol, was? Wicht aber auch um einiges mehr Wicht aber auch um einiges mehr Ist der Jägerhut? Hey, stopp Da, was gibt's denn? Oha Das ist tatsächlich echt nice, aber auch echt schwer Die Handschuhe, was sagen die? Die sind auch nice, aber auch echt schwer Da komme ich auf 50,6 Könnte ich aber theoretisch schon mal anziehen Verdoppeln halt einfach meine Resis einfach Das ist halt so krass Das Einzige, was runter geht, ist Blitzresistenz Das sehe ich tatsächlich nicht schon mal an Die Beine auch Okay, ich brauche jetzt relativ viel Rüstung Also Belastung brauche ich jetzt viel Und ich habe jetzt hier ein Problem Beziehungsweise habe ich kein Problem Denn ich habe ganz, ganz viele davon Wo sind sie da? Ich nutze auch den Heimkehrknochen und dann ist gut Boom Sooo Menschlichkeit auf Menschenbild-Effekt aufheben Was? Okay Reisen Das erscheint tatsächlich dann die nächste Welt zu sein, ne? Dann werde ich jetzt hier mal hinreisen Und... ja Boah Ich fass den mal so jetzt aber nochmal ganz kurz Ich will mir den da nochmal angucken Hey, Bro Hey, mein Großer Bist du böse oder bist... du bist... Achso, ich komme gar nicht hin zu dir, aber... Dreh dich mal um Enges Gebiet und dann Hurra für Glück Sicher? Aber ich bin nämlich nicht so sicher Und enge Gebiete sind eigentlich nie was Gutes Bist du gut oder böse? Ich kann dich... du bist zu weit weg jetzt Gerade kann ich dich eh nicht Wenn dann eh nicht anvisieren Aber die Frage ist halt wirklich, bist du gut oder böse? Oh, jetzt drehst du um Du Arsch Mit Ohren Hey Was geht? Nicht viel? Oh, ist okay Zufall Das versucht Zufall Was hat das denn hier mit Zufall zu tun? I mean... Entweder du fällst da runter und stirbst Oder du fällst da nicht runter und stirbst nicht Ist das doch... Hä? Hm Hey Mister, I know you can see me Du guckst nämlich die ganze Zeit in meine Richtung Ich glaube, du bist böse Gut Okay, aber ich werd hier jetzt einen Dark Swords Cut machen für heute Und... Ich werd eventuell Sonntag nochmal Dark Swords spielen Also morgen nochmal Dark Swords spielen Mal gucken, was weiß ich jetzt noch nicht Bis dahin... Oh, wait, wait, wait Jetzt kommt aber ein Stück nach vorne Nein, und der dreht wieder ab Na gut, daneben nicht Na denn Für YouTube geht's ja dann eh Ich hoffe immer am nächsten Tag weiter Bis dahin, reingehauen Ciao, ciao